Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück in Millennials Resort, das Dorf mit Emi und Mami, guten Tag und dem Bau der Arztpraxis. So, ich gehe jetzt gleich nochmal die Birke verprügeln, das kann ja wohl nicht sein, dass diese überhaupt nicht wachsen will. Ich hole nochmal ein paar Knochenmehl, ich hole mal ein paar Knochen, wollte ich da sagen. Hallo Monster, hallo, wir sind ja gar keine Monster. Nicht mehr? Ne, da ist alles leer. Oh, da wird hier ein Zeug drin, das muss man auch mal aufbrechen. Und das Coole ist, anstatt dort die Sachen von den Monstern viel davon reinzufliegen, machen wir unser Zeug da ganz oft rein. Aber das hat demnächst ein Ende und zwar ab dem nächsten Part wird dann der Sebastian mit mir zusammen das Lager einräumen, das wird nämlich Zeit, dass das einfach mal gemacht wird. Genau. Na, also ganz, ganz dringend sogar ist das Zeit, dass das gemacht wird. Ja. So, dann wollen wir mal hoffen, dass... Warum machen wir das eigentlich nicht? Ähm, ja, weiß ich auch nicht, weil ich gedacht habe, mit dir baue ich und mit ihm, äh, mach ich dann... Er redet nicht so viel. Er redet nicht so viel. Doch, tut er auch, manchmal. Wir bauen jetzt und im nächsten Part seht ihr dann wie der Sebastian schon Mama das Lager. Genau, da machen wir uns ans Lager. Und ich werde die nächste Zeit mal ein bisschen gucken, dass ich da mal mir einen Plan mache, wie die Monsterfalle dann auch von außen aussehen kann. Okay. Oh, ja. Ich werde da mal schauen. Okay. Bin ich schon gespannt drauf. Ich auch. Aber in dem Tierarztpraxis... Arztpraxis? Ich weiß nicht, ob das Tierarzt ist. Sagen wir einfach Arztpraxis. Und wenn es eine Tierarztpraxis... Oh Gott. Ist... Ist es ja dasselbe. Weil Arzt ist doch... Arzt bleibt Arzt. Arzt ist Arzt, genau. Genau. Ähm. Ich denke, das wird schon passen. Aber ne, wenn es eine Tierarztpraxis ist, bräuchte man noch einen normalen Arzt. Hey, lass doch ein Krankenhaus bauen. Ja, kannst du gerne Vorplan aufbauen und dann machen wir das. Oder wir bauen das so auf. Das geht auch. Boah, wär das geil. Ich liebe Krankenhäuser. Mit dem großen roten X dann immer da drauf. Mhm. Aber ein echt Krankenhäuser mag ich nicht. Ich würd grad sagen, also ich bin eigentlich nicht so ein Krankenhaus-Fan. Ich bin eher Arzt. Arzt? Aber nicht mal das gern. So. Aber dann brauchen wir noch irgendwie einen Einkaufsladen. Ja, wir brauchen noch einiges. Also wirklich viele, viele, viele Dinge, die wir hier noch brauchen. Wir haben ein Wohnhaus bis jetzt. Wir haben ja auch noch keins, da müssen wir uns auch demnächst noch dran machen. Wir brauchen auch noch einen, wie heißt das, einen Hochhaus. Ja, nee, Hochhäuser haben wir ja gesagt, machen wir hier nicht. Das passt nicht. Das können wir vielleicht irgendwann machen, dass wir vielleicht nochmal eine Großstadt beginnen. Aber jetzt gerade ist das hier einfach nur erstmal ein Dorf. Schauen wir mal. Aber klar, man könnte da ja auch so ein Community-Ding draus machen dann aus einer Großstadt, ne? Und sagen, okay, ihr baut das vor, wir bauen das nach. Oder man hat halt so eine Großstadt mit diesen ganz hohen Häusern. Wie heißen die noch? Hochhäuser? Nein, diese. Wolkenkratzer. 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 Und dann, wenn man so eine Wolkenkratzer gebaut hat, dürfen ein paar, äh, kommt drauf an, wie viele Zimmer oder Wohnungen da drin sind, können die, äh, können dann die Leute das Zimmer, also am besten irgendwie nachbauen oder so, und dann, äh, einrichten und dann kriegen sie ihre eigene Wohnung. Hä? Ja, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Ich hab nie schlechte Ideen. Da schauen wir mal. Jetzt müssen wir erstmal hier im, äh, Dorf vorankommen. Genau. Also wenn ihr da Ideen habt noch für Gebäude, die hier in ein Dorf passen können, zum Beispiel, äh, ne Schule, eine Kirche und so weiter, das brauchen wir alles noch. Ich brauch ne Kirche. Ähm, dann dürft ihr da gerne, ähm, kreativ werden. Und uns eure Baupläne schicken. Zitrone brauchen wir dafür, für das, äh, für die Wolle. Mhm. Ist das blau oder türkis? Das ist blau. Das heißt, wir brauchen blaue Farbe. Ja, das machen wir, machen wir dann gleich. Schauen wir mal. Ach. Ja, ich hoffe ja, dass das Dorf recht schnell recht groß wird. Das macht schon echt extrem Spaß, eure Sachen hier zu bauen. Ja. Mann, irgendwie hab ich das Gefühl, dass die Erde abbauen irgendwie... Du bist doch jetzt da fertig, oder? Nein, eben nicht. Nein? Du bist tausendmal lang gegangen irgendwie. Ach so, lass die doch einfach. Aber das wird wieder grün. Ja, das macht gar nichts. Da kommen ja Blöcke oben drauf. Deswegen ist das Erde. Das lass man. Da brauchst du dir nicht so viel Arbeit machen. Das wird... Ich denk mir die ganze Zeit, hä, war ich da nicht schon? Und da das grünes Gras dann wird, bin ich die ganze Zeit im Krall. Du kannst mir hier helfen mit Bäume fällen. Ich wollte grad... Oder Wolle machen. Das geht auch. Das, was du möchtest. Ich hatte nämlich noch drei Wolle im Inventar. Deswegen... Ja. Vielleicht sollte ich noch kurz, ähm, erklären für... Äh, äh... Bäh. Für den einen oder anderen. Ähm, wir nehmen momentan wieder, ähm, viele Parts, äh, auf einmal auf. Und das heißt, ähm, wir nehmen immer ein bisschen in, in, äh, ja, in Vorrat auf, da wir die nächste Zeit sehr, sehr wenig Zeit haben. Also ganz speziell ich hab, ähm, recht wenig Zeit. Und, ähm, ja, deswegen nehmen wir immer so einen ganzen Schwung auf. Also nicht wundern, wenn wir, ähm, eben noch rätseln, ob das jetzt eine Tierarztpraxis oder eine Arztpraxis ist. Ähm, vielleicht hat uns Sanihorst schon lange geantwortet. Aber, ähm, wir reagieren da vielleicht erst eine Woche später drauf oder so. Nicht wundern. Wir machen nämlich immer, wenn wir aufnehmen, manchmal ein oder zwei Parts am Tag. Und dann machen wir die direkt hintereinander. Ja, genau. Nur momentan sind es eben nicht ein oder zwei, sondern, ähm, wir machen dann gleich einen ganzen Schwung. Das heißt, äh, gleich vier oder fünf oder so. Genau. Weil, ähm, wie gesagt, wir momentan sehr wenig Zeit haben. Speziell ich. Und, ähm, ja. Ich muss... Ich muss... Oh nein, ich hab keinen Bock. Was? Nächsten Monat im Juni, von vierten bis zum achten, bin ich auf Schullandheim. Ja. Das heißt, ihr werdet mich nicht sehen. Und ich hab keinen Bock auf Schullandheim. Und das kommt dann auch noch dazu. Amy ist im Schullandheim. Ja. Genau. Also, es ist die nächste Zeit ein bisschen, ein bisschen weniger Zeit zum Aufnehmen. Aber trotzdem werden wir das alles machen. Ja. Also, es werden trotzdem Parts kommen und so. Es wird halt nur eben, äh, eben an den Tagen, wo dann eben nichts anliegt, wird dann eben aufgenommen. Genau. Also, nicht wundern, dass wir da halt ein paar mehr Parts machen. So wie heute zum Beispiel. Heute machen ich und meine Mama zwei Parts. Mhm. Den letzten haben wir am gleichen Tag gemacht wie diesen hier. Und an diesem Tag machen wir auch noch... macht sie noch zwei mit meinem Bruder. Genau. Mein Bruder. Genau. Also, ich denke, ähm, ihr habt verstanden, was ich damit sagen will. Genau. Ja. Also, es ist, ja, es ändert sich dann hoffentlich, äh, wieder und, ähm, ja, und dann wird das dann wieder näher, also immer näher an Aufnahme wieder aufgenommen. Es wird dunkel. Äh, ja, ich weiß. Ich geh direkt ins Haus, denn ich bin kurz, kurz, kurz und lieg in deinem Bett. Liegst du schon? Ja. Okay. Ich lieg im schwarzen Bett. Okay. Ich hab'n gelbes. Ich hab'n gelbes. Ich hab'n gelbes. Ja. Ich hab'n gelbes. Ich hab'n gelbes. an und wegen dem Verband tut das weh. Äh, nochmal, du hast keine Socken an und wegen dem Verband tut das weh. Ja, ich hab'n gelbes. Ja, ich hab'n gelbes. Überdehnung, ähm, knickt man einfach leichter um mit dem Fuß und, ja, Emi hat halt da einfach, ja, jetzt so ihre Probleme mit, ne, und wird das ja wahrscheinlich auch immer behalten. Genau. Weil es umgeblöd ist und, ja. Es ist zwar blöd, aber man hat es. Man, irgendwann kann man damit leben. Ja, aber es ist schon echt lieb. Am besten trage ich nur dieses Verband nur noch, so dass ich nie wieder umknicke. Ja, dafür ist das Ding, äh, ja da. Aber ich will's nicht immer tragen. Ja, ja. Ich sag' da nix zu. Ich hab' zwei, äh, Schaufeln grad kombiniert. Also, die Schnelle, Effizientes und die Haltbarkeit. Okay. Ich bin, äh, durch mit dem ersten, äh, Layer hier. Ich hab' den fertig. Mhm. Mal eben hier das, äh, Gras auffüllen. Das wächst ja gleich von alleine. Okay, dann können wir eigentlich den nächsten, äh, anzeigen lassen. Das heißt, äh, drei und einmal auf das Plus. Genau. So. Bei mir ist es eins. Ja, eins. Genau. Und dann, ähm, Bücherregale. Also, wir brauchen... Oh, verdammt. Wir haben doch gar kein Leder. Oh. Ja. Mhm. Das ist Schwarzeiche hier. Hier ist, sind zwei Löcher. Hier müssen wir auch noch alles blau machen. Warum sind denn da Löcher? Ja, es gehört blaue Walle rein. Aber warum werden da denn Löcher angezeigt? Ach, hast du die blaue Wolle dann noch gar nicht reingemacht gehabt? Wir haben keine. Ah. Und... Ah. Okay. Hellblaue Wolle ist das aber, ne? Genau. Mhm. Okay. Ähm. Ich guck erstmal nach, äh, Beton. Ja, genau. Guck du nach, Beton. Ich mach Schwarz-Eichen-Stufen. Nein, Treppen sind das hier. Treppen und Stufen. Äh, genau. Und Bücherregale. Wie kommen wir denn jetzt an Bücherregale? Wie haben wir... Wie wäre es, wenn wir die erstmal weglassen und wenn wir die bald als Dings haben, dann einfach die Bücherregale nachholen. Ja. Ja. Das wäre eine Möglichkeit, wenn wir dann Leder haben, ne? Genau. Ähm. Okay. Ich muss auch noch schauen, äh... Ich muss, äh... Einiges müssten wir ja kaufbar machen. Ich bleib jetzt einfach mal hier stehen und quatsch euch mal zu, hab ich gerade Bock drauf. Ähm. Also, ich würde gerne mal, äh, ja, so ein bisschen eure Meinung hören. Und zwar hatten wir ja im alten Resort, dass man alles kaufen kann. Machen wir hier nicht. Definitiv nicht. Das war einfach, äh, Mist. Das Farmen finde ich schon sehr, ähm... Ja, finde ich viel besser. Sehr entspannend und gehört einfach dazu. Ähm. Nun ist es ja so, dass wir immer noch keine Tiere töten und uns natürlich dadurch Sachen fehlen wie Leder. Also eigentlich geht es hauptsächlich um Leder. Genau. Und Federn. Also alles das, was man nur bekommt, wenn man ein Tier tötet. Das heißt eben auch, ähm, Tintensäcke von den, ähm, na, von den Tintenfischen und so weiter. Und, äh, später dann eben auch ab der 1.13 eben auch die Sachen, die dann eben, äh, die anderen Tiere trocken, sowas wie Delfine und sowas. Delfine. Das würde ich ganz gerne alles, äh, kaufbar machen. Das heißt, ich würde hier eigentlich irgendwo einen kleinen Laden hinpacken. Ähm, vielleicht erst mal so einen Tante-Emma-Laden. Vielleicht kann man irgendwann mal, ähm, eine Gerberei oder sowas bauen. Da, äh, könnt ihr vielleicht euch auch wieder was ausdenken. Genau. Also je nachdem, wie ihr Lust habt, äh, die Sachen zu bauen. Und, genau. Und dann würde ich die Sachen nämlich kaufbar machen. Jetzt ist die Frage, ähm, Deko-Köpfe und so kann man ja auch noch mit reinnehmen. Da hat man vielleicht noch ein bisschen mehr, ähm, was man einfach so, ja, dekorieren kann. Ähm, jetzt ist dann eben nur die Frage, sollen wir wieder Pecunias machen, die natürlich, äh, Nettersterne wären. Obwohl, da könnte man vielleicht das Overlay noch nehmen. Ah, mal schauen. Das müsste ich mal gucken. Ähm, genau. Ob wir dann eventuell wieder Pecunias nehmen als Währung oder ob wir, ähm, tauschen. Das heißt, ähm, dass wir sagen, also dass jetzt der Verkäufer uns Leder anbietet und er bietet uns Leder an. Ein Leder für, was weiß ich, 2x64, äh, Kobbel oder sowas. Dass man eigentlich mehr oder weniger tauscht. Dass man keine Währung hat, sondern, ähm, letztendlich nur, ähm, ja, Sachen, die man farmt und dann eben eintauscht. Mhm. Und da würde ich ganz gerne mal eure Meinung zu hören, wie, ähm, wie ihr da so zu steht. Was ihr meint, was da am besten wäre auch, ne? Ja, genau. Also, genug Quatsch. Ab in die Kommentare mit eurer Meinung. Sollen wir wieder eine Währung einführen oder lieber alles, ähm, tauschen? Ich hab ne Frage, Mama. Und zwar, ähm, darf ich so einen Lebensmittelladen auch machen? Ja, darfst du. Du darfst alles bauen, was du möchtest. Wo auch Brot und, äh, so Gemüse und so verkauft wird, bis wir dann entweder tauschen oder mit den Pecunias machen. Ja, ja, find ich gut. Genau. Also, die, die Verkäufer werde ich wieder erstellen. Es gibt da ja, ähm, ähm, einen, äh, Generator, einen Shopgenerator, äh, den, äh, werde ich dann auf jeden Fall wieder benutzen. Und da kann man nämlich schön die Dorfbewohner, ähm, ja, das Inventar festlegen und hat dann eben auch wieder die, die Verkäufer, ne? Und nicht irgendwelche Kisten oder so. Ich find das mit Verkäufern einfach netter. Und so haben wir dann hier auch, ähm, ja, unsere, ja, Bewohner mehr oder weniger. Wobei, äh, dass keine Bewohner werden, die hier rumlaufen, sondern die bleiben in ihren Läden. Aber es werden auch noch Dorfbewohner kommen, die hier rumlaufen. Wie macht man? Also sich auch selbstständig vermehren, ne? Da werden wir gar nicht so viel machen. Was hast du gesagt? Wie macht man Beton? Ähm, Beton macht man folgendermaßen. Genau, du guckst einfach in deine Bank. Genau. Farbe, vier Sand, vier Kies. Also es ist schon ein bisschen komplizierter. So, ich will mal eben kurz die Blumen wegmachen. Wir brauchen Weiß, das heißt wir brauchen Knochen. Musst du farmen. Ich glaube, ich habe alle verbraucht. Oh Gott, hab nicht viel Zeug in der Tasche. Oh Gott. Ich hab zu viel Zeug in der Tasche. Kann ich hier irgendwas stecken? Äh. Geh doch ins Lager. Ja. Ja, was soll ich da? Ihr macht das ja, äh, im nächsten Part aufräumen. Schmeißt das doch irgendwo rein, so wie ich. Äh. Äh. Oh, guck mal, da liegt auch noch ein Setzchen. Wie kommt der denn da hin? Achso, da hab ich auch ne Schwarz-Eichel gefällt. Ich schaue immer deine neuen und alten Videos. Ich feier immer deine Videos. Ich folge dir seit einem Jahr und fünf Monaten. Haftes Lieb. Oh, Hexe, Mama. Ihr seid die besten YouTuber der Welt. Es wäre schön, wenn ihr mich grüßt. Ich wurde noch nie gegrüßt. Ich heiße Michelle. Grüße an dich, Michelle. So. Ähm, ich hatte gesagt... Macht weiter so. Ihr seid die coolsten YouTuber, die ich kenne. Ich gucke euch schon seit dem zweiten Part im alten Resort. Ihr seid so cool. Wurde noch nie gegrüßt. Würde mich freuen, wenn ihr mich grüßt. Dann liebe Grüße an dich, Jenny. Ich hab noch nie gegrüßt. Ja, das ist natürlich dann ärgerlich, ne? Ah, hier zwei. 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 Ich hab noch acht. Ja, hast du? Ja. Super. Äh, die dreht sich natürlich immer. Ich darf mal schauen. Ah, Banner müssen wir auch noch machen. Ist das dann hier richtig? Also, ja. Hat kein rotes Ding. Alles klar. Ich hab aber nur acht gemacht. Wir brauchen mehr Kies. Äh, haben wir keinen Kies mehr? Äh, das ist doof. Hier gehört ein Block hin. Aber, äh, Sand haben wir genügend. Also... Ja, Sand haben wir relativ viel jetzt. Ja, Sand haben wir relativ viel jetzt. Aber, äh, Kies dann in dem Fall nicht. Wo kriegen wir Kies her? Hä? In Höhlen? Ich würde mich das Ding hier ärgern. Ärgern? Ärgern? Ah, komm. Gehört hier irgendwo eine Werkbank hin? Tadaa! Ähm... Iiii... Äh, ne. Leider nicht. Schade. Warum sind das auch nur zwei, äh, Dings? Eine echte Tierarztpraxis? Das sieht echt aus wie eine Tierarztpraxis. Äh, auch nicht. Hä? Ach, guck mal. Das ist mein Block. Jetzt hab ich's gesehen. Ja, ich hab's jetzt gesehen. Nein, nein, das ist ne Stufe. Das ist kein Block. Ja, meinte ich ja. Nur in die Richtung. Aha. Es wird schon wieder dunkel. Yay. Ich übernachte in nem Dings. Guck mal, wo ich übernachte, Mama. Gute Nacht. Ja. Du schläfst dort. Gut. Der Part ist gleich auch zu Ende. Ja. Ich steck in der Wand, Mama. Hier ist ein Fehler. Ja. Das kannst du alles wegnehmen. Genau. Hier ist auch noch was. Das muss ich auch noch wegnehmen. So. Warum sind da über Ding? Überall. Na, weil ich die als Hilfsblöcke brauchte. Ah. So, jetzt platziere ich die hier noch eben und dann, äh, können wir den. Part beenden. Part beenden. Oh Gott, wie viele Blumen wir übrigens brauchen, ne? Diese weißen, äh, Blumen. Ja. Warte, ich geh noch eben gucken, also nicht, äh, Part beenden. Okay. Ich beeil mich auch. Ich hab ja noch ein bisschen was zu tun. Ich glaub, das reicht. Wir haben Porzellansternchen, brauchen wir voll viele von. Aber wir haben 22, das könnte... Ja, da sollten wir genug von haben. 1, 2, 3, 4, 5. So, ähm, 10, ne? Ja, wir haben genug. Okay. Zwei sind noch übrig. Kommen hier noch irgendwo Porzellansternchen hin? Nee, ne? Nö. Und an den Seiten irgendwo? Nee, ich glaub draußen ist so gar nichts, äh... Doch, hier vorne ist, mussten, äh, Zwanzerchen. Ach so. Okay. Deswegen ja. Okay. Äh, ach, Mann. Ich hab dieses Inventar voll, das ist unglaublich. Also es wird wirklich, wirklich Zeit, dass wir am Lager arbeiten. Und dann müssen wir eigentlich schon wieder Farmen gehen auch, ne? Ja, könntest du ja mit dem Sebastian machen. Ne, wir wollen ja eigentlich erstmal das Lager machen. Ich glaube, da brauchen wir schon eine Weile für. Das sehen wir mal. Mal gucken. Vielleicht gehen wir beide dann, oder so. Oder mit Maikondo. Maikondo. Oder so. Tür. Tür. Und das war's dann. Genau. Stell dir vor, er heißt... Maikondo heißt nicht Maikondo, sondern Maikondo Happy. Ja, genau. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle den Kommentar. Liken, teilen und kommentieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Also bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.